Heyo Leute, CryMix hier und herzlich willkommen zur Friday Stunt Show Nummer 5 und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit Platz Nummer 5 für diese Woche. Stunt Nummer 5 war wirklich einer der schwersten Sprünge, die ich je durchgeführt habe. Nein, okay, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt seht ihr wirklich Stunt Nummer 5 für diese Woche. Hier fahre ich mit sehr viel Speed an einer Husskante und verbinde das Ganze mit einem 360 Backflip. Weiter geht's mit Platz Nummer 4, hierbei benutze ich eine kleine Kante als Sprung, berühre noch dieses Haus und verbinde das Ganze noch mit einem Backflip auf die Straße. Bei Platz Nummer 3 springe ich mir wirklich sehr viel Speed an die Schräge von diesem Gebäudeset zu einem kleinen Wallride an und verbinde das Ganze noch am Ende mit einem Backflip. Bei Platz Nummer 2 springe ich wirklich mit sehr viel Speed über einen Parkplatz auf das Dach des Teilrestaurers und verbinde das Ganze am Ende noch mit einer 360-Drehung. Und nun kommen wir auch schon zu Platz 1 für diese Woche. Dieser Stunt wurde mir von George eingeschickt, sein Kanal unten in der Videobeschreibung und er fährt hier wirklich mit sehr viel Speed oder besser gesagt springt mit sehr viel Speed an dieses Hotelrand und macht dort einen wirklich sehr, sehr geilen Wallride und landet das Ding auch noch. Ja Leute, das war's mal wieder mit meiner Friday-Stunt Show. Natürlich hoffe ich mir, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr es ist, dann prügelt jetzt auf den Like-Button ein und wenn ihr in Zukunft eure Stunts bei meiner Stunt Show dabei haben wollt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort seht ihr alles, was ihr tun müsst, um die Stunts hier dabei zu haben. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein Leute, euer Grandman ist und habt einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.